Hallo und herzlich willkommen, ich bin zu euren PlayTV und begrüße euch zum nächsten In der nächsten Part von Ocarina of Time! Hallo! Das ist ja klar! Da hast du gegräbt und auch besucht uns. Doch hast du wirklich... Doch noch wirkst du nicht wie der Prophezeiung Retter Hyrule. Hier verfällt dir noch einige. Wenn du zum großen Berges drucken möchtest und in die Mitnehmer, komm her und holt dir an meinen tollen Fett. Fett! Derzt alle Leute! So. Hehehe. Ein Herzball. Nice. Hehehe. 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 What do you build in song? Hehehe. Hehehe. Okay. Hehehe. 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 I hope that it's not midnight. If it's midnight night, then it's just a mess. And that's... I have to get out of here. I have to get out of here. Hehehe. Warte mal hier etwas. So. hat Lula die Kette Bartholm wieder Wort bei jetzt auf die Graubel gut überhaupt noch mal ganz Ich hab aber auch noch nicht zufrieden. Naja, jetzt soll man dann fahren. Da-da! Dö, 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 dö... Dö, 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 dö... Martin, die drei Superhinna. Ich bin mir schon wieder weg! Es scheint so... immer das nicht der Junge aus den Wäldern ist. Vielen Dank nur mal, dass du mich geweckt hast. Es hat ganz schön lange gedauert, bis ich mal und beruhigt hatte. Was hast du denn heute sofort? Was ist denn alles? Du, wie wär's? Dann mit einem kleinen Spirchen. Die drei Hühner hier sind super Hühner. Ich werde sie nun mit den anderen herkömmlichen Hühner vermischen. Gelingt es dir, sie innerhalb einer bestimmten Zeit aus einem anderen herauszupicken, werde ich dich mit etwas Nützlichem belohnen. Jo, klar. Finde sie! Für uns warst du schon? Für uns warst du schon. Für uns warst du schon. Für uns warst du schon. Sohn. Okay, das ist mir auch noch nie passiert. Läuft bei mir. Okay. WWW. die Rolle kriegt ob er noch nicht schafft erstens wird werden können sie mehr ausüben ein Junge du hast das Zeug dazu ein verdammt guter Farmer zu werden würde mich freuen wenn du mal und heiraten würde es nah und hätte ich schon gut das war doch nur Spaß oh hier nicht nachschuldigen und mich an dich sie gibt dir neue Energie sobald hast du die Flasche geleert kannst du jederzeit zurückkommen und zu dir gegen ein geringeres Geld aufzuhören lassen Milch erhalten diese Milch ist sehr gesunken verwendet sie mit 1 2 x oder y um deine Energie aufzufrischen du erhältst 5 Karten pro Schluck du kannst zweimal davon trinken Don wenn man es gleich sortieren dann haben wir jetzt schon zwei Flaschen Arne kriege ich noch was sie war ähm ich gehe mal zu Marlon und lernen wir all jetzt sch друга und um pro wo und im Land er hat das ganz schön ehrlich nachdem du ihn geweckt hat und ich musste jemanden vollständig sie ist nicht wahr und ohne einen hier scheint hat Epona an und und dieses Lied hat meine Mutter geschrieben das ist eine hübsche Ocarina wirst du da klick auf den Ort N., 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 N. Du hattest nicht Pollachtsmitte??? Was macht er? Oh, schon wieder hoch! Oh, schau jetzt! Epona, es hört mich gern! Hi, hallo! Okay, jetzt muss ich ihn noch machen. Oh Gott! Ami, was gibt's? Ich frage mich, ob da jetzt... Aber die Hand zu nehmen! Alter, unser Name! Du änderstrecht? Ich hab dir einen Tag nicht mehr. Ich hält mir auf! So läuft. Mach es jetzt nicht mehr. Schau, da ist das! Einen weiteren Herzkonzern, deine Energieleiste erweitert sich weiter. 7 Herzläuter. Ich glaube, ich habe mir noch einen neuen Herzläuter aufgenommen. Komm und hilf doch mir. Aha! Etwas zeige ich nur. Hallo. Okay. Nun ja. Ich merke ihn. Aber Leute. Es heißt, ein schöner Anfang hat immer ein Ende. Deswegen ist auch dieser Part wieder zu Ende. Wenn euch der Part gefallen hat, dann lasst doch ein Like und ein Abo da. Aktiviert die Glocke, um nichts mehr zu verpassen. Und wir sehen uns beim nächsten Part von The Legend of Zelda Ocarina of Time wieder. Macht gut. Ciao. 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 Ciao.